Ja hallo, hier ist Rosemarie Engel. Ja, die Schleuse ist auf. Und zwar ist rundherum überall Hochwasser gewesen und auch wenn jetzt dieser Schleusenmensch ziemlich schwerfällig ist, hat er da jetzt doch tatsächlich reagiert und hat aufgemacht. Also ja, ich gehe einfach davon aus, dass es daran liegt, dass er halt, weil halt wirklich rundherum Hochwasser war und das Letzte war wirklich sehr, sehr nah bei uns. Und ich gehe davon aus, aber nicht gut.